We need language to make sense of the world because we can't just understand reality or interaction without talking about it. And what can be more fun than thinking about what makes us human and how we get on with each other. Sprache ist unser Schlüssel zur Welt. Die soziale Funktion von Sprache, wie wir Sprache nutzen, welchen wechselseitigen Einfluss Fiktion und Realität aufeinander haben, untersucht die Korpuslinguistin Michaela Malberg. Sprache bedeutet auch Routine und Wiederholung. Wann folgt etwas gängigen Strukturen? Wann ist etwas kreativ? Bricht aus gängigen Mustern heraus. Ein Meilenstein in ihrer Karriere ist die wegweisende Arbeit zu den Werken von Charles Dickens und der Frage danach, was eigentlich Kreativität ist. Charles Dickens war fantastisch, wenn es um die gleichen Dinge zu sagen, die gleichen Strukturen zu benutzen, weil er weiß, dass es funktioniert. Und dann verborgen sie etwas, machen sie immer etwas anders, brechen die Regeln und dann verborgen sie in etwas wirklich kreatives. Um verborgene Muster und Strukturen in der Sprache aufzudecken, nutzt sie computergestützte Methoden und Tools wie die Web-App Click, die sie zusammen mit KollegInnen entwickelt hat und die heutzutage von tausenden Forschenden weltweit genutzt wird. Diese computergestützten Analyse-Methoden können auch auf anderen Gebieten helfen, denn alle großen globalen Probleme erfordern kommunikative Strategien. In Erlangen wird die Humboldt-Professorin ihre neue Stelle antreten, um auch gesellschaftliche Herausforderungen wie die globale Wasserkrise aus linguistischer Perspektive anzugehen. Every time I look at something, I think about it in terms of how is this problem actually a linguistic problem? And funnily enough, it always is. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.